No matter how hard I try, try Also, wer sich in die Buchse macht, der wird oftmals ausgelacht. Das heißt, du hast Angst, ja, wenn Menschen, wenn Menschen Angst haben, kann es passieren, dass sie heimgesucht werden. Von wem, weiß ich nicht. Vielleicht von Gerhard Schröder. Wir spielen Mortuary Assistant. Stromrechnung ist nicht bezahlt. Ich weiß, das ist nicht gut für mich, ja, aber ich freue mich einfach schon drauf, weil ich genau weiß, ich werde gleich richtig rund gemacht. Dein Kind ist in der Tasse. Nimm dein Kind aus der Tasse. Ist das ein USB-Stick? Gut, ich bin zu dumm zum Kaffee machen. Ich muss mit der Steuerung erstmal üben, Leute. Ihr wisst nicht, wie das ist. Das ist mir im echten Leben noch nie passiert. Unsere erste Leiche. Harrison Ford? Sind sie es? Sie haben, sie haben gut gedient, mein Herr. Sehr, sehr brav. Sehr brav. Sie haben, oh, wunderschöne Haare. Ich finde, ich bin der richtige Mann für diesen Job. Sie haben sehr schöne Haare. Okay, und diese Augen. Ich könnte mich da drin verlieren. Ich schaue dir in die Augen und ich erkenne die Unendlichkeit des Universums. Unsere eigene Belanglosigkeit. Ich mache das Fenster wieder auf, weil hier stinkt es nach alter Frau. Ich habe gar nicht zugehört. Ich war verloren. Ich war einfach verliebt in diesen, in diesen Daddy hier. Ich wollte übrigens, ich wollte übrigens vielleicht ein ganzes Wochenende machen, ne? Über Ostern. Ist das okay? Ich wollte mit meinen Freundinnen, äh, zum, zum YouTuber Splishy Splashy Clash. Das ist so ein Event mit, mit voll den geilen YouTubern und da machen die, da machen die so Schlamm-Catchen und auch mit See-Through und, ne, mit nassen Shirts und so. Wollte ich auch hin mit meinen Freundinnen. Kann ich da vielleicht frei haben? Ist das ein Ja? Äh, soll ich die Mutti vielleicht wieder in den Puff schieben? Achso, ja. Was? Das soll nicht passieren! Das ist keine normale Sache, die passiert! Das haben wir in der Berufsschule anders gelernt! Yo, sehr gut. Einmal hier. Jupp, jupp, jupp. Ich kann auch wieder zumachen. Bin sehr guter Mediziner. Ich kann das... Oh, oh Gott, oh Gott, Entschuldigung. Entschuldigung. Du schaffst das. Du schaffst das. Die Vase, äh... Ich glaub, die gehört hierhin. Drei neue Leichen sind ein Grund zur Freude. Drei neue Leichen balsamieren wir heute. Oh Gott, das Bild. Äh. Äh. Oh Gott, äh. Ich will jetzt schon nicht mehr. Ich hab schon jetzt keinen Bock mehr. Drogen, Drogen, schalala. Pff. Hallo? Denise? Denise? Nope, nope. New job. I'm getting out of here. Ciao, Denise. Mach's gut. Ich bin raus. Mach's gut. Tschüss. Oh. Nein, hör auf jetzt damit. Ich hab das gesehen mit der Tür. Lass das bitte. Tote Seen macht mich immer dorstig. Jetzt kann ich nicht richtig le... Mann, jetzt ist doch... Okay, gut. Komm, ich komm zu dir. Ich geh einfach... Ich geh hin, weil das ist das Normalste von der Welt. Du, ich hab Zeit, ne? Ich hab echt Geduld, ne? Ich weiß, wie es euch geht, aber ich hab Geduld. Aber ich weiß natürlich, wie das bei euch ist, wenn ihr eine tote Mutti hängen seht, da wollt ihr gar nicht ran, ne? Alles klar. Wir haben die Nummer zwei. Oh Gott, ich will das nicht mehr spielen. Ich krieg hier... Ich krieg Zustände. Lalalala. Sie... Och, komm, bitte. Hör doch... Keine Kinderstreiche. Das muss doch nicht sein. Ähm. Der sah ja süß aus. Da war grad wieder eine Entity an... Umwesend. Kennst du Entity? Die haben damals Videos auf YouTube gemacht. Leute, wir haben ja noch einen straffen Zeitplan, ja? Wenn wir alle Leichen schaffen wollen, dann haben wir keine Zeit dafür. Wieso schneit es jetzt hier? Papa, bist du das? Papa, ich muss arbeiten. Ich... Ich hab zu tun. Bitte warten Sie kurz auf mich, ja? Ich hab wieder einer meiner Hallus. Ernsthaft? Willst du was lernen? Dann komm doch raus. Komm doch raus. Ich zeig dir, wie das geht. Dann kannst du mir ein bisschen helfen heute. Na komm. Hm? Na komm raus. Gut, kommst du nicht raus. Hinlegen, bitte. Bitte hinlegen. Bitte legen Sie sich hin, Ma'am. Es sind doch keine Zustände hier. Wir sind doch kein Hotel. Okay. Blöde Sau. Oh, nö. Lass mich doch einfach spülen, Mann. Oh, die Tür ist auch zu. Ähm. Oh, nö. Äh, äh. Nein. Nein. Kann ich einfach... Kann ich einmal reloaden? Was? Werd gerufen? Passiert ja irgendwas nie, ne? Rebecca. Rebecca. Nein, ich bin pünktlich. Was denn? Hab ich gerade gerufen? Uah. Weil, weil, weil... Ich bin Rebecca. Hör auf, Rebecca zu sein, während ich Rebecca bin. Hör auf. Why are you coming? Why are you coming? War ich immer so... War ich immer so eine Bitch? Come over here. Chironimo! Iiiiihihi. Rebecca. 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 Komm es doch mal bitte, Rebecca. Rebecca, in die 27, bitte. Ne. Ähm. Hahaha. Hallo. Das ist eine schöne Hand. Okay. Ach, das ist unsere Hand, weil ich hier stehe. Ach so. Das ist meine eigene Hand. Ich wusste nicht, als ich mich so rübergebeugt habe. Äh. Oh Gott, hab ich mich gerade vor den Dingern erschrocken. Ihr könnt doch keine Lules jetzt hier reinschicken. Oh. Das wird immer schlimmer. Das ist ein normales Verhalten. Das ist ganz normal. Das ist der Überdruck, der sich durch Leichengase darin aufbaut. Äh. Da passiert sonst nichts. So. Ich laufe hier nämlich mit so einem Parkticket rum. Über 10 Euro. Und damit kann man Geister vertreiben. In Deutschland zumindest. Rein da. Humektant. Das da. Rainer vom Aldehyd. Ich kipp da auch wahllos Sachen rein. Mir ist das letzten Endes egal. Ich hau da auch Fanta rein. Sprudel. Natürlich einen guten Ocha-Tee. Hoh. 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 Ich bin hingefahren. Entschuldigung. Meine Spürsenkel haben sich behakt. Ohohohohohoho. Scheiß Schnürsenkel. Nie wieder Deich, Mann. Oh. Fuck my life. Oh. Scheiß Schuhe. Hahaha. Hahaha. Hab ich mich erschrocken. Hab ihn offen. Er ist offen. Hals ist offen. Bitte spuken sie jetzt. Schere ist drin. Schere drin. Hallo. Spooky. Rebecca. 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 Der Schlauch ist jetzt hinten drin. Es hat funktioniert. Der Schlauch ist hinten drin. Also. In dem Gerät. Der Schlauch ist hinten drin. Ich bin so leid. 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 Kannst du mich hören? Ich bin so leid. Es ist ein großer Schlauch. Ich werde dich nicht sehen. Aber ich freue mich, dass du das mit mir sharen. Es scheint, dass es eine Reaktion gibt. Und was du gemacht hast, das macht Sinn. Danke, dass du dein Arbeit sharen. Es ist ein großer Hilf zu mir. Als du hast du gesagt hast, ich habe alles mit dem Schlauch zurückgebracht. Ich bin nicht sicher, warum ich mich entschieden habe, das hier zu schreiben. Ich schreibe eigentlich keine Tageböcher. Aber das könnte... Was aus ihm wurde, ist beängstigend. Ich erinnere mich an alles. Hat David fast direkt drauf reagiert. Ich habe versucht, ihm zu sagen, dass er in Gefahr war. Ich wollte ihm das unbedingt zeigen, sobald er einen Moment der Klarheit hatte. It makes me want to never... Ich möchte niemals mehr jemanden anstellen. Aber ich kann auch die Begräbnisstätte hier nicht verlieren. Ich bin vorher schon fast zum Opfer geworden. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis es mich auserwählt. Ich habe quasi mein Leben pausiert, um mich um sie zu kümmern. I've just been sitting here in 4. Ich sitze hier nur und verstecke mich in Angst und hoffe, dass es nicht mehr passiert. Entschuldigung, sehr viel Text. Was soll ich machen? Da ist nix drin. Da war die Kassette drin. Wir haben alles. 27. März 89. Ich habe ohne Ende gearbeitet. Ich glaube, ich habe ein paar Fortschritte gemacht. Ich habe nicht viel zusammengeballert, aber ich habe genug gefunden, dass mir ich zu allen Kontakten nach Ägypten führe. führt. Ich fliege da hin und gucke mal. Oh. 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 Vielleicht stelle ich mich erst mal vor. Hey, girl. I saw your profile. You very hot. Wanna bang bang? Oh, I hate you. Why you don't answer me, bitch? Komisch. Keine Antwort. Verstehe ich nicht. Das ist aber weird. Zeig Füße. Oh, ist der süß. Oh, ist der süß. Der ist irgendwie süß. Ich weiß nicht. Das war der unten aus dem Keller. Das war der unten aus dem Keller. Oh, wie... Oh, der hat so ein schönes Lächeln. Ich nenne ihn Jens. Hab ich mich ersthocken. Ich habe Leertaste getrückt. Hamme Kack. Hamme Kack haben wir schon. Gluteal-ryle-hiedlheit. Ah, das war der Humekank. Hier ist der Gluteal-rylele-hiedlheit. So. Gluteal-rylelele-hiedlheit. Ähm. Oh, nö. Wo sind jetzt die Flaschen? Hm. Die hat die Flaschen weggemacht, ne? Ach, ich bin doof. Ich guck hier die ganze Zeit. Die sind ja hier drüben. Nein. Nein, heißt nein! Hallo, bin zu Hause. Ich will einkaufen. Ich geh wieder, ciao. Schatz, warte auf mich. Schatz, bitte. Sie hat sehr stark abgenommen, dass ihr durchpasst. Das ist nicht gesund. Oh. Herr Terminator sind sie's? Und wie verbleiben wir jetzt? Also, ich hab Zeit. Papa, Mama geht's nicht gut. Ist das, ist das ne gute Sache? Denise! Der, der Hurensohn. Der Alexis, komm raus hier. Ich komm nach mir im Taxi, warte. Hier haben wir zwei von den Dingern. Weil wir haben nur zwei von den Dingern hier. Oh. Es ist dunkel. Es ist sehr dunkel. Da kann man nicht alles sehen. Oh, das ist normal hier. In der Gegend haben wir öfter Stromausfälle. Macht ihr da mal nicht ins Hemdchen, hm? Will you help me? Na, ist ein Spiegel, da kann ich nicht viel machen. Limm mal Klerasil. Ein Face White. Ich höre Stimmen. Ich höre Stimmen. Wahrscheinlich die Toten wieder. Ich glaub, die Toten reden wieder mit uns. Komm, warte mal, ich mach mal kurz den Schmock hier weg. Ja, das war ich. Und wer war, vielleicht... Sieht noch gar nicht dran, mein Herr. Ah, versucht wieder jemanden, Kontakt aufzunehmen. Aber ich bin ganz ehrlich. Ich bin deutscher Beamter. Ich hab keine Zeit für Überirdisches. So, Suppe rein. Hör! Wir haben keine Termine frei. Keine Termine frei. Warte, ich versuch was zu verstehen. Mein RTL. Get tubing by bad. Uah, ii, ah. Mir ist ein Insekt gerade in den Nacken geflogen. Doch nicht bei dem Spiel, Mann. Wir wussten alle, wozu das führen wird. Oh, oh, das hab ich mir nicht gedacht. Mein Name ist Herr Solmecke und wir werden jetzt mal schauen, ob wir den Übeltäter finden. Dazu geh ich mal hier in meine Applikation der Taschenanwalt. Wir vertagen das mal. Wir vertagen das mal. Oh, hallo. Da lief gerade einer durch mich durch. Mann, ich hasse das. Nimm mich doch mal wahr. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Mann, ich mach mal wahr. Entschuldigung. Hallo.